Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ich glaube, am letzten Mal sind wir hier in die Agnus-Festung eingedrungen. Sind schon bereit für den Krieg, der hier vonstatten gleich eventuell geht. Sind auch mal in Zelle Nummer 1. Und wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wir sind mitten in einem Gebäude. Wie kann es hier drin regnen? Den Sinn da muss man nicht bedingt verstehen, ne? Ja. Wir müssen immer noch Gondor nicht rausholen bzw. überzeugen uns zu helfen. Ich glaube, sie würde uns einfach noch wieder in den Arsch treten wollen. Ich pack mich aus dem Bild, weil, ja, könnte eine Sequenz ja kommen. Ich würde mal sagen, die Beziehung, die ich hier knüpfe, zählen zur City. Es gibt hier drin einen Händler? Es ist sogar eine Illegale. Loll, einen davon muss ich mal als Nebenquest suchen. Hm. Ja, das stimmt. Wenn Penney Folk keep a low profile, no-one has to die for small nuts. So that's your now? Penney finally drops. Aren't they going to execute you next month? So? It'll be ten people if that. They've got over a thousand locked up in here. It'll barely register. So? Lives aren't statistics? I'm saying if you stir shit like what Bitch Queen wants, you'll have a thousand lives on your conscience. And also, you're gonna set the world to rights? Then what's that there on your arms? On your chests? And then there's the kitten. Little more than a month left. You must be the most eager of the lot. That's enough. Huh. Just shut up about the world already. All this holier than thou crap. You're only doing it for yourselves. You just fight out of self-pity. Flailing around thinking you can make a difference. When I see off lives, I do it with purpose. Mia. Just one more day. One more minute. You've no idea how many lives we've sent. All the friends we had. Wishing they'd had more time. That was each and every day for us. But it was all we could do. It was all we had to believe in. Day in, day out. Lysand. Die kleine Hand, die mir war. Ich verstehe, warum Sie das wollen. Wenn du das jetzt sprachst, niemals wir das nennen. Still, das ist das, was wir versuchen es für Sie zu schützen. Wir schützen unsere Freunde. Wir bauen ein Zukunft, das uns frei wird. Sie haben ungefähr ein Monat. Ist das genug, für das? Ich weiß nicht. Mein Zeitpunkt könnte sein, bevor unsere Kampf ist wirklich vorbei. Es ist wahrscheinlich nicht so viel, wie ich kann. Mia... Aber ich muss versuchen. Ich werde immer versuchen, während meine Flamme immer fliehen. Und nach dem? Ja, wir haben dich. Wir werden mit deinem Willen. Genau, Noah? Natürlich. Ich möchte das wirklich nicht vorstellen. Aber... Es ist einfach nicht weg. All wir können machen ist, dass wir weitergehen. Wir müssen. und immer gut gehen. Das war nicht. Wir machen uns. Aber das war nicht. Die Welt. Jetzt ist es sicher mit uns, so ist die Zukunft. Also, das ist dein Argument. Was ist das? Für die Cloud Keep. Wo die reale Queen Agnes hat sie her Beauty-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep-Sleep. Du brauchst das, um zu kommen. Kind of wie eine Schlüssel. Das Ding hat eine Art, um, äh, Namen. Noah. Mio. Noah und Mio. Ich erinnere mich das. Anyways, das Doodad reagiert zu ihr zwei, als ihr zusammengearbeitet habt. Ich glaube, es war wahrscheinlich, um zu sagen, um es zu geben. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 da bin ich auch schon gespannt sollte man eventuell mit den ganzen leuten hier reden eventuell komme ich danach nicht dazu so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na klar, denkst du nicht, dass die es einem leicht machen? Ach, Lance. Ach, mehr muss ich doch nicht machen. Naja, mehr oder weniger haben wir es auch. Wenn ich jetzt wieder dann Null sammeln muss, ne? Ich denke, ich hatte genug zurückbrechende Arbeit, um mich für einen oder zwei Zeit zu kosten. So, grob wie wie wir haben den Stehenchen. Ich glaube, es war relativ egal, welchen ich jetzt genommen habe. Ich glaube, dass das wirklich komplett egal gewesen wäre. Ich glaube, es war relativ egal. Ich glaube, es war relativ egal. Ich glaube, es war relativ egal. Es ist schon nett, dass die restlichen Tage irgendwie rausgeskippt wurden. Kriege ich noch weiter ihr Punkte? Also ich rede mit jedem, der so ein Sternchen hat, aber ich lese mir nicht durch, was die sagen tatsächlich, weil bei denen ist das eigentlich relativ unsichtig. Wenn es weiter nichts ist. Amen. 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 So ein Arsch. So ein Arsch für Sadisten. Mal gucken, wo der ist, ne? Der Lukas. So ein Arsch. Na gut, vielleicht hätte ich zumindest dieser Shania mal zuhören sollen, weil die ist ja irgendwo wichtig, ne? Ja. So ein Arsch. 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 ich denke mal nicht dass das viel viel ausfällt hey das ist leider die 47er der ist so schnell tot vor allem wenn wir denken wie viele mitstreiter wir haben es flüchtet so 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 Vielen Dank. Ich glaube der eine hat nicht nur einen Kratzer. So und jetzt dem Lykos einfach hinterher. Komm dem haben wir alle. Ich glaube der liegt ja jetzt schon auf dem Boden. Ich glaube der eine hat nicht nur einen Kratzer. Ich glaube der wird aus. Gut eine andere Kette und das Ding nicht endgültig. Irgendwer viel noch Feuer umwerfen. Ach komm ich höre ich das hin. Das Vieh hat die Angeskette nicht überlebt. Also das Vieh habe ich richtig auseinander genommen. Nee war es nicht. Das Vieh war nicht zäh. Das Vieh war nicht. Das Vieh war nicht zäh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jo, easy. Der Lykos, der war ein Witz. 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 Das war ein Witz. Ja, das war ein Witz. 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 Das war ein Witz.